Wie zusammengekauert ist das jetzt? Wie so ein Embryo. 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 Da oben ist jemand dran. Wie so ein Embryo. 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 hochkommen, in dem scheiß Tunnesystem da. Warte mal, wo knallt's denn auch hier? Wo knallt's denn hier? Ich wüsste ich jetzt eigentlich, wenn ich die jetzt nehme. Ich meinte, da hab ich wenigstens, da hab ich wenigstens. Da krieg ich wenigstens mein Movi. Ich werd eigentlich wenigstens mein Movi haben. Autsch. 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 Ich höre doch hier jemanden. Äh, dieses 3 German kenn ich, gegen die hab ich erst gespielt. Gegen die hab ich erst gespielt am Montag. Oh! Ah! 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 Und das schöne ist, solange die auch noch rumtanzen. Okay, jetzt muss man weg. Weil nämlich so lange, solange die da nämlich noch rumtanzen tut. Siehste, die brauche ich doch! Ich brauche ihn doch für Mori, meine Gute. Ich brauche ihn, meine Gute. Oh, die sind da hinten am Gin. Ich brauche ihn, die schaffe ich ja noch gar nicht. Der andere ist ja auch verletzt, sehe ich gerade. Ja, die das. Wir tieren bestimmt nicht viel. Hm. Warum geht man gleich nebenan an Jan, wenn ich da bin? Also. Ein bisschen so richtig ausdrüffelt wie die. Achso, nee, sorry, das war ja der andere. Null. Achso, nee. Achso, nee. Gut. Hier ist er noch. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wo ist die hin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017